Wir reichen Ulm voraussichtlich um 19.53 Uhr. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die hier in Ulm aussteigen. Danken für Ihr Reisen mit der Deutschen Bahn und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und wiedersehen. Ladies and Gentlemen, in a few minutes we arrived in Ulm. Wir verabschieden Sie, goodbye to you and thank you for traveling with Deutsche Bahn.